Stell dir vor, du sitzt am Rand eines Schwimmbeckens. Deine Füsse sind in das kühle Wasser getaucht und du schaust der weisse Hai. Plötzlich färbt sich das Wasser blutrot. Stell dir vor, du bist am Flughafen. Von fern hörst du die Lautsprecher durchsagen, die die letzten Passagiere zu ihrem Gate rufen. Das perfekte Setting für den Film The Terminal. Stell dir vor, du bist auf dem Oberdeck eines Parkhauses. Es ist ein warmer Sommerabend. Unter dir leuchten die Lichter der Stadt. Auf der Leinwand siehst du die New Yorker Skyline. Manhattan scheint zum Greifen nah. Oder wie wäre es mit Das Boot im Kühlkeller der Kälterei Postmann. 2001, Odyssee im Weltraum, im Kukunklub. Der Gefangene von Alcatraz im alten Polizeigefängnis. Jurassic Park im Senckenberg Naturmuseum. Die Faust im Nacken, im Osthafen. Metropolis im Dresdner Bank Silberturm. The Big Lebowski auf der Bowlingbahn. Der Berg ruft in der Kletterhalle. Trapez im Zirkus Charles Knie. Das alles und noch viel mehr ist die Frankfurter Kinowoche. Kino an ungewöhnlichen Orten. Mit der Kinowoche tragen wir vom Deutschen Filmmuseum das Kino hinaus in die Stadt und zeigen Filme nicht wie gewohnt im Kinosaal, sondern an anderen ungewöhnlichen Orten in Frankfurt. Dabei ist uns besonders wichtig, dass die Filme zu den Spielorten passen. Und umgekehrt. Denn veränderte Kontexte ergeben neue spannende Perspektiven. Man nimmt die Filme, aber auch die Spielorte ganz anders wahr. Und genau das, diese besondere Atmosphäre, die durch die Verbindung zwischen Film und Ort entsteht, macht die Kinowoche so einzigartig. Als gemeinnütziges Kulturprojekt können wir die Kosten für die Organisation der Kinowoche bei Weitem nicht durch die Ticketeinnahmen decken, sondern sind auf Fördergelder und Sponsoren angewiesen. Weil aber Fördermittel im Kulturbereich immer knapper werden, setzen wir auf die Unterstützung der Crowd und beteiligen uns an Kulturmut, der Crowdfunding-Initiative der Aventis Foundation auf startnext.de. Helft uns mit eurem Beitrag bis zum 21. November unser Finanzierungsziel von 20.000 Euro zu erreichen und die Kinowoche 2014 möglich zu machen. Für eure Unterstützung bekommt ihr von uns natürlich auch ein Dankeschön. Zum Beispiel Tickets für eine exklusive Zusatzveranstaltung während der nächsten Kinowoche, die wir nur für euch, unsere Supporter, veranstalten. Also seid dabei und vor allem erzählt es weiter. Wir sehen uns im Juli 2014.